Musik 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 So, das nächste Stück ist eigentlich entstanden an einem regnerischen Nachmittag. Ich habe in den Garten geguckt. Spätsommer, der Regen rauschte in den Blättern. Danach kam etwas Nebel auf, als der Regen aufhörte und die Sonne kam so ein bisschen durch. Das hat mich dann inspiriert zu dieser etwas schwermütigen Melodie, die vielleicht auch eine kleine Remiszenz an französische Chansons ist. Weil das Ganze aber ein bisschen swingend ist, ist es auch etwas ausgelockert. Also, Rainy Afternoon. 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 Musik 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 Vielen Dank.